Hallo liebe Freunde, hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Matthias. Ich bin freier Journalist und Gründer der Friedensinitiative Stop the War in Jemen hier in Deutschland. Ich habe heute eine ganz besondere Bitte an euch. Ich brauche eure Unterstützung für die Freiheit von Rania Al-Azal. Rania Al-Azal ist eine ägyptische Journalistin, die auf ihrem kleinen Pilgerweg von saudischen Beamten festgenommen worden ist und seitdem wird nichts mehr von ihr gehört. Rania Al-Azal ist eine sehr, sehr mutige Frau und Kritikerin des saudischen Kronprinzen Bin Salman und seiner Politik in Riyadh. Sie ist eine glühende Unterstützerin des palästinensischen und jemenitischen Volkes. Sie fordert die unverzügliche Beendigung des Krieges gegen den Jemen, der bereits seit März 2015 von der saudischen Kriegskoalition geführt wird. Wir von Stop the War in Jemen und die Freunde des jemenitischen Volkes fordern die unverzügliche und sofortige Freilassung von Rania Al-Azal. Von der deutschen Bundesregierung erwarten wir, dass sie all ihre politische und wirtschaftliche Kraft dafür einsetzt, die sofortige Freilassung von Rania Al-Azal, von Bin Salman zu bewirken. Immerhin beliefert Deutschland Saudi-Arabien und Länder der saudischen Kriegskoalition mit deutschen Waffen. Daher bitte ich um eure Unterstützung für die Freiheit von Rania Al-Azal, euer Matthias, freier Journalist und Gründer der Friedensinitiative Stop the War in Jemen, hier in Deutschland.